Hallo, ich bin Rathur, arbeite als Elektriker und ITler am Stubberg Gletscher und bin seit sieben Jahren im Betrieb. Es ist jeden Tag etwas Neues, jeden Tag muss man sich anpassen, dass alles reibungslos funktioniert, weil wir an verschiedene Standorte hin müssen und dann schauen wir, dass wir am sehr kollegial am Weg sind.